hallo meine lieben hobbits menschen elben und zwerge zur nächsten folge von let's bild mittelerde mit mir und dem gendor hallöchen liebe freunde ja wir waren nämlich gerade dabei noch ein bisschen zu planen was wir denn in dieser aufnahme session denn so alles tun wollen oh ja so du hast nach stix gefragt ja ich mach gerade auch noch mal fackeln das ist nämlich sehr gut weil wir haben nämlich gerade eben festgestellt dass unser gasthaus noch nicht gut genug ausgeleuchtet ist weil dann nämlich ein paar skelette gespawnt sind richtig und die werden wir uns jetzt mal annehmen genau so und übrigens bevor wir das vergessen mit dem skin ja richtig soll ich mich mal ganz kurz für dich aus und zieh dich aus ich will sehen zieh dich aus ja einige haben sich ja gewünscht beziehungsweise wir hatten uns ja vorgestellt in den kommentaren dass der gendor natürlich jetzt auch ein passenden skin dafür braucht wenn er schon mitmacht und ja was stand denn alles zur auswahl aragorn stand zur auswahl und pippin genau und da wir ja noch einen hobbingen bauen ja macht es keinen sinn macht es keinen sinn aragorn zu nehmen es kann aragorn kann gerne dazu kommt wenn wir irgendwann in minastirat angekommen sind ja deshalb ist es jemand geworden der dann so aussieht ja ich fand den irgendwie passend genau mit dem schal und so deswegen haben wir den richtig natürlich richtig drüber diskutiert und so ja aber ist aufgefallen dass du wirklich schuhe an hast und ich keine also das recht ja ich habe schuhe an weil nein nicht wegen der jaja ich weiß ich weiß aber ich trage halt schuhe weil die waren halt bequem ich müsste ich die aus ausziehen und los geht's na gut dann fangen wir mal an so und zwar wollten wir arbeitsteilung betreiben genau da waren wir ja stehen geblieben und zwar werde ich immer hier das feld jetzt erstmal trocken legen weil das kommt hier weg so was zu essen brauche ich bin gleich am verhungern hast du nichts mehr aber wir sehen ja noch ein paar keulen fleischlammkeule hier hast du jetzt drin noch ausgeleuchtet mehr oder nicht ich hatte keine fackeln so des weiteren damit uns der futter vorrat nicht ausgeht das klingt nicht gut da ist ein creeper also er ist gerade wieder raus er ist gerade wieder raus also so ist es nicht jetzt habe ich sie angesammelt okay also war der creeper da drinnen ja wobei das kann da bin ich gleich weg genau leuchtet erstmal aus nicht dass die nacht bohren ja so und ich kümmere mich einmal um futternachschub ja macht was ich hätte vielleicht nicht mit dem getreide in der hand schon mal rein rein wollen so meine lieben kommt mal her hier kommt mal her hier ihr mumus warte mal wie viel kür habe ich eigentlich 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ok komm hier macht mal liebe das gibt mir kälbchen damit ich euch schlachten kann nett ich weiß so ok wie viel kälbchen habe ich jetzt hier 1 2 3 scheiße super 1 2 3 4 naja das stimmt dann sogar ja 1 2 3 4 ok gut dann kann ich ja eigentlich drei kühe killen oder weil da haben wir jetzt 14 kühe nee warte mal 9 und 4 macht 13 so das heißt ich kann drei kühe killen damit ich auf 10 kühe komme richtig ja ich habe jetzt nicht mitgedacht recht ich bin gerade selbst wie sagte letztens ein netter zuschauer geschrieben oder den kommentaren als ich die rechnen rechnen mit gendor ja genau voll geil ähm ok so kühe sind erledigt so schon mal wieder fünf schnitzel ich bin hier rausgegangen warum bin ich hier rausgegangen hier meckern sie mich alle an die zombies die zombies meckern ich habe doch gar nichts getan nicht zu meckern ey das sind für welche gute frage scheiße so aus dem restlichen getreide werde ich mal noch ein paar brote backen leute da oben ist der gespawnt ja ist nicht dein ernst es wird gerade dunkel ne ja das ist toll dann komm mal ja und die spawnen wirklich auf so einmal einblöcken ey das ist doch echt ein scherz das ist schlecht okay aber auf jeden fall gut zu wissen so bauen wir dann nie wieder ja ich überlege gerade ob man nicht in die decke ich weiß nicht äh glowstones einbauen sollte gute frage so ich lege mich mal ins bett macht hat ja gut stimmt bringt nicht viel wir haben keine mod hier scheiße so also auf der minimap muss ich sagen sieht das echt gut aus ne ja die in die innenraum aufteilung aber die ja musst du dann dir noch installieren ja ja muss man mal einen link schicken ich hab die überall gesucht findest du in meiner Videobeschreibung so ja ja ich lese mir halt immer nur den ersten text durch was da so steht mit was geändert wird und so ne also ja 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 gut genau und das ist halt die spielinfo und unten drunter steht die genau das was verwendet wird die game info genau wir brauchen auf jeden fall holz sonst kommen wir nicht weiter das mal ganz kurz am rande ach da leuchtest du aus am rand ja wo sonst in den räumen drinnen ach so ich leuchte jetzt erstmal außen aus okay also in weil das problem ist selbst in drinnen spawnen die viecher habe ich festgestellt vorhin mal so ganz dezent hast du selbst gerade keine fackeln äh nö das ist natürlich nicht gut ja pass auf ne weil wenn du jetzt nämlich nach draußen läufst da ist ja alles voll mit geht hier naja es ist ja ist ja macht richtig eben aber ich bin jetzt einmal rum und bin perfekt eigentlich mit den wobei eine fackel ach so einfach einen block einsetzen können die da nicht mehr spawnen das ist zu tief für die so okay haben wir noch 21 brote brote sofort das neue englische wort für brot brote wo ist denn hier das nächste fenster oder waren unten nur zwei wir haben unten ein paar hallo äh eins zwei drei vier warte mal eins zwei drei vier fünf fenster haben wir nur in der unteren etage ja ah ist so okay wobei ein zuschauer schrieb wir sollten die fenster vielleicht trichterförmig bauen hast du das auch gelesen ja das habe ich gelesen natürlich jetzt die frage genau war das umsetzen oder war das so lassen ja trichterförmig mach du vor ich mach nach ich wüsste jetzt nicht ehrlich gesagt nicht wie okay das gemeint ist hinter dir läuft ein zombie ach so ein villager lol und vor dem gasthaus ist ein äh ein skelettreiter gespawnt oh lol ich sehe es pippin stellt sich ihm ja ja jawohl geil okay perfekt so ich würde sagen wir gehen mal eben ins bett war ja weil da hinten spawnen schon zombies und die kommen schon auf uns zu na dann oh drei zombies waah ab in die kiste ich wollte gerade sagen hoffentlich können wir uns jetzt noch ins bett legen ey du liegst in meinem bett nein ich habe schon auf ja ja steht mein name drunter steht hier ganz klar meine geeks ey so meine geeks meine geeks mein gott deine geeks alles klar alles wird gut mal so hier wir haben ja hier vorne bei dem ich kann grad nicht gucken ich weiß gar nicht was du meinst so kurz einmal rum weil wir müssen das ja gut das ist fertig ist klar da jetzt ab jetzt muss da hingesetzt werden weil wir mussten es ja noch um einen versetzen das müssen also jetzt sind wir noch eine reihe runter und das funktioniert aber das nicht ich habe keinen Holz auch nicht das ist schlecht mein freund das heißt wir müssen auch noch Holzfarm öh das müssen wir das stimmt ja das Gasthaus ist noch mal nicht fertig achso warte mal eben oder haben wir noch Holz unten in der kiste mal eben kurz gucken mal eben kurz gucken gute frage flupp so ach schon wieder ein zombie pikmin so meine freunde folgen mir die wissen die wissen noch nicht dass ich hier draußen bin oh mein gott wir haben wir haben tatsächlich kein Holz mehr lol sag ich ja dann würde ich sagen ist die arbeitsteilung hinfällig nicht mehr oh ja dann kannst du ja Holz fahren ich und holt nee ich baue jetzt erstmal weiter sonst weißt du ja gleich gar nicht mehr wo wir weitermachen müssen dann fahre ich eben Holz ja so wird richtig sollte man den timber mod vielleicht noch installieren hier wird wär nicht schlecht so ich pack mal die ganze erde hier rein in die kiste ja diese erde ich hab doch noch erde hast du gerade erde gesammelt ne ich hatte noch erde im inventar achso ähm die stufen pack ich mal hier rein ich pack mal alles hier rein sogar den bogen boah wird das lang trichterförmig trichterförmig irgendwie komm ich grad nicht drauf klar wie den ich trichterförmig machen will egal mach einfach mal vor dann seh ich ja wie das gemeint ist irgendwie bin ich grad zu dumm um das zu kapieren kein problem kann halt nicht jeder so schlau sein wie wir na super so so warte ich fälle mal eben einen Baum so da hab ich ein bisschen Holz dann kann ich dir das mal eben demonstrieren mhm das wär gut so pass mal ob ja egal mach du mal ich mach hier schon mal dann kann ich mir das ja gleich ansehen also ich hoffe er meinte das so ja wenn nicht dann sind wir gefickt na 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 relativ ja ja glaub ich auch so wenn nicht soll er uns einfach mal ein Foto schicken was trichterförmig wie trichterförmig gemeint ist genau ich weiß nicht ob er das so meinte hier ja so hätten wir doch sowieso gebaut oder nicht ne das war genau eine gerade Linie das ging hier lang warte hier ja richtig okay ja das ist ja und so wäre trichterförmig ja weil dann hast du allerdings wir können ja auch wir können ja auch wenn wir jetzt theoretisch könnten wir ja auch das hier vorne weg machen und das aus Holz machen zum Beispiel aus Holzbalken weißt du was ich mein mhm so wie du das hier gemacht hast ne ja mit den Holzbalken ja die könnte man da rein dann sieht er dann können wir den direkt da vorne weg machen und dann setzen wir da einfach die die Holzbalken hin äh die Holzbalken die Holzbalken ja könnte man machen das stimmt ja gut dann hat man nicht so direkt da vorne spricht das kommt hier weg und dann wird hier vorne äh wird da einfach so hier können hier können ach man kann einfach bis hier vorne Holz ziehen und dann ja die Holzbalken mit einbauen das stimmt das könnte eigentlich klappen ja gut dann äh sammle ich erstmal Holz gut klar achso mal eben ganz kurz dann können wir noch vielleicht ein bisschen Amboss gebaut damit ich mal den Kack hier reparieren kann mhm nein natürlich nicht boah wie baut man denn nochmal einen Amboss äh gibt es einen Amboss? ja da kannst du deine kannst du die Werkzeuge drauf äh reparieren ich guck mal eben ganz kurz ich glaube du brauchst auf jeden Fall drei Eisenblöcke hier kommen oben hin und dann hier so einen komischen Fuß ne wackel direkt hinbekommen direkt hinbekommen ipf cheater echt ja findest du? zeichnest du mich grad als cheater echt ja nein das ist traurig das ist richtig traurig boah es geht echt viel Erde für ne? ja das ist normal wir arbeiten ja für die Hobbits so ey das Geräusch soo 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 dann hab ich mal ein bisschen noch Eisen hier soo okay ok ok soo okay zack lassen hier. Sprich erweitern und dann sollte das ja eigentlich wohl gehen. Zumindest denke ich das. Naja klar. Ach das muss gehen. Du willst das sonst anders machen. So ist es. So. Erweitert ist es. Jetzt beginnt hier auch bald schon wieder die Weihnachtszeit. Ja stimmt, die wird schnell kommen jetzt. Ja bin ich gespannt. Kommt wieder Herr der Ringe im Fernsehen die ganze Zeit. Werde ich aber nicht gucken. Naja wir gucken. Weil jeder normale Mensch hat eine DVD oder eine Blu-Ray. Genau und dann wird die Special Extended Edition gebaut. Oh ja. So. Okay also ich habe das jetzt alles um einen erweitert. Okay. Sprich wir müssten dann jetzt die Fenster machen und dann noch verschönern und dann sollte das eigentlich fertig sein. Eigentlich. Ja oben noch. Also. Du hast ja hier unten diese das hier. Dieses das da hier. ne. Ja und du musst halt halt an jedem Fenster. Und du musst das auch hier oben haben. Ne. Naja eben. Deswegen. So hier. Guck mal da. Schöne Sache. So. Okay. Dafür dass du es nicht mal selber gefällt hast. Respekt. Ja ne. Okay. Gut. Also sprich. Wir machen das. Kloppen das jetzt noch davor. Wobei. Moment. Wo kloppen wir denn die Holzbalken hin? Das kannst du gerne erst mal so entscheiden. Ach Gott. Ich weiß. Entscheidungen sind so furchtbar zu treffen. Nicht wahr? So. Moment. Lol. Enderman. Nein. Ich habe dich jetzt nicht angeguckt oder? Ach komm. Wo ist er? Wo ist er? Ja. Bitch fight. Komm her. Ey. Läuft. Au. Jawoll. Ne Enderperle. Geht's jetzt? Ja danke. Läuft. Keine Ahnung. Oh manne. Hm. Gut. Wir könnten die ja auch hier reinsetzen. Ne. Nicht so. Hm. Sieht ganz gut aus. Ja. Oh ja. Muss nochmal weiter weg gucken. Ja. Wie ganz. Ja das musst du jetzt entscheiden. Also ich finde es sieht ganz gut aus so ne. Gut. Alles klar. Dann gucke ich jetzt nochmal hier rein. Warte. Das sollte eigentlich genug ausgeleuchtet sein. Weil ich höre selbst gar keine Mobs oder so. Ja warte mal. Ich kann ja mal eben über die Minimap gucken. So. Weil wenn ich nicht hin. Da wo ich jetzt stehe ist alles eingezeichnet. Also alles das Berginnere. Das heißt auch die äußere Umrandung wo du vorhin die ganzen Fackern gesetzt hast. Und da spawnt momentan nix. Ja. Ja. Sehr gut. Ah Trichter. Ja. Ich bin überlegen. Guck mal aus dem Fenster raus. Ne. Ja. Also da wo der Trichter in Anführungszeichen schon ist. Dann siehst du ja hier den Block. Und den da. Ja das stimmt. Das sieht nicht wirklich Trichter aus. Am besten machen wir das noch so weg oder? Ja das sieht dann ganz gut aus ja. Und dann warte. Machen wir das noch zu. Machen das jeweils dann noch weg. Kloppen da die. So. Ja oder? Ja. Ist das Fenster nicht ein bisschen breiter? Mhm. Wobei ich gerade überlege ne. Du hast ja hier diese zwei Dinger. Die zwei Blöcke. Wenn du von hier guckst. Dann siehst du. Ach du meinst den oder was? Ja genau. Soll ich den auch noch wegnehmen? Ja nimm den auch mal weg. Jetzt siehst du mehr. Jetzt siehst du auch mehr Front von vorne. Die Seiten. Ja ne glaube ich auch. Ja ist besser. So ist gut. Das muss ja halt auch von außen aussehen ne. Ja ja klar. Ja logisch. Mal eben ganz kurz gucken hier. Lol. Ja das sieht doch schon viel besser aus. Es war ein riesen Loch da aber. Doch das sieht so aus als wäre das wirklich im Berg drin. Weißt du? Oder so. Sieht besser aus. Finde ich. Also von Weitem sieht es gut aus. Warte mal wir müssen uns mal kurz angucken wenn es Tag ist. Achso. Ja. Also bei Nacht sieht es schon mal sehr gut aus. Gendrasil hat den Erfolg dreimal auf Holz geklopft. Ja voll gut ne. Voll der Pro. Ja echt mal. Ja so hat man auf jeden Fall mehr. Du hast einen größeren Radius. Ja ja. Ja und auch von Natur mäßig wow schon wieder ein Enderman alter. Fick dich. Lol. Da hinten. Da der Spinne. That's okay ja. Pordelt sich weg. Der geht weg. Ne er kommt wieder. Lol. Der ist da hinter dir. Der hat auch ne Enderperle oder was der volle Brust hat. Ja gut das ist das texture pack das hat er immer. Achso. Was dummes ich hab ihn angeguckt. Ich wollte ihn grad flankieren ey. Oh lol. Der mobbt uns gerade. Fallen kann er. So. Ne sieht so gut aus. Also so wenn wir das so an allen Fensterfronten hinkriegen sieht das bestimmt echt schnieker aus. Na ist klar. Jetzt müssen wir. Lass doch erstmal den Fronteingang hier fertig machen. Genau der Eingang ist noch fertig. Genau. Ich hol mal noch ein bisschen mehr Holz. Ja. Weil wir brauchen ja Holz ohne Ende. Eigentlich. Eigentlich schon. Der Berg muss auch noch weg hier irgendwann. Hm. Das müssen wir halt noch erweitern. Okay ja. Das dumme ist die Kiste steht da ziemlich unpraktisch. Kannst du ja abhacken. Sind alles drin. Oh Gott ja da passt Alt bei mir nicht rein. Aber du kannst ja trotzdem schon mal die Kisten nehmen und dann wegpacken. Oder die Kiste irgendwo anders hinstellen. Oh. Oh. So wo sind die Kisten jetzt? Hab's ja nicht. Scheiße. Da sind sie. Ja. Das sieht aus wie so ein riesiger Erdhügel, ne? So eine Erdpyramide. Na ja. Deswegen. Das meine ich ja. Ja. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir da noch ein bisschen Form reinkriegen. Vielleicht so ein bisschen an den... Ja. Bin nicht schlecht. Ja. Das sieht halt bisher wie gesagt wie eine Pyramide aus. Das sieht halt nicht wie eine Hobbitöhle aus. Das sind halt nicht so die Bau-Pros, ne? Das. Aber ist ja nicht so wild. So. Okay. Den Wasser einmal weg damit. Kohle weg. Jetzt haben wir zwei Wasser-Eimer. What the fuck? Na? Ja. Keine Ahnung. So. Oh scheiße. Also wirklich. So. So ich sollte aufhören weniger zu rennen und zu springen, ey. Mumu. Mumu. Warte mal. Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay gut. Dann kannst du Kuh dahinter sterben, weil du gehörst nicht zur Herde. Hm. Wie weit machen wir den Eingang? Äh, ja. Machen wir den bis hier? Ich würde den auch so ungefähr genauso weit machen wie die, äh. Also machen wir den praktisch bis hier. Kommen auch die Stufen da dran. Genau. Oh shit. Warte mal, ich nehm mal den Amboss auch weg hier. Den kann man auch da hinstellen. Kann man abbauen? Mit einer Spitzacke. Mit einer Spitzacke oder was? Ja, so, ne? Nur dann hängt das hier hier ein bisschen rüber oder ist es dir egal? Hm. Du könntest natürlich die Schicht hier wegnehmen. Die. Weil, du darfst nicht vergessen, da hinten sind noch die Holzbalken, ne? Die musst du natürlich auch hier reinhauen. Die Holzbalken? Na, guck mal. Warte, ich guck gleich. Ja, ja. Ist schon klar. Hoppala. Da springt mir der CC-Cleaner ins Bild. Leu. Die Sau. Ähm, also jetzt bis hier praktisch. Ja, genau. Dann könntest... Und die Balken ziehen wir dann irgendwie bei. So. Ne, das ist jetzt... Ne, so war das doch gerade auch da oder nicht? Habe ich mich so verbaut? Tatsache. Guck. Ne. Sowohl? Ne. Haha, ach so. Genau, sonst hast du ja nicht diesen, diesen kreisförmigen Eingang. Ja, ja, ja. Dann ist das ja... Doof. Also so. Genau. Da ist dann die... Und jetzt... Und jetzt muss der Gras drüber. Genau. Ich muss jetzt direkt... Gras über die Sache wachsen. Sprich so. So, so. So, so, so. Äh, ja. So. Das geht ja wohl schlecht, oder? Wo bist du denn hin? Holz hacken. Ach so, ich habe gedacht, du guckst noch hier kurz zu. Weil... Komm sofort. Wir haben den Eingang zwar jetzt erweitert. Schön und gut, aber... Wir müssen das dann so anpassen. The Witch gesehen. Oder nicht? Komm mal. Also sprich so. Ach so, die Tür bleibt dann da hinten stehen, ne? Also die Tür bleibt hier, oder? Ja, ich weiß nicht. Oder wollen wir die weiter nach vorne ziehen? Ja, nee, da hast du so einen langen Gang, ne? Ja, eben. Wir snappen mal den Gang am Anfang und dass man reinkommt und dann... Ja, genau. Nee, das lassen wir so. Alle miteinander. Äh, ich habe das jetzt angeglichen hier an die Stufen. Ja. Man kann das ja letzten Endes immer noch verändern. Richtig. Wobei, das muss doch weg, das... So. Mhm. Mhm. Ja. Gut. Aber wenn ich das jetzt... Wenn jetzt hier noch ein Block wäre, dann sieht das so komisch aus. Wenn man dann von der Seite zum Beispiel da drauf guckt. Dann hängt das so alles ein Stück raus. Stimmt. Beim Fenster ist das noch vollkommen in Ordnung. Aber beim Eingang ist das dann was anderes. Nee, kann man... Ja, kann man so lassen. Erstmal verändern kann man ja immer noch. Wenn den Zuschauern noch irgendwas auffällt, dann werden die uns das schon schreiben. So wie... Ich glaube auch. So wie sonst auch. Genau. Ja. So. Ähm... Holzhacken. Holzhacken. Holzhacken.